Die Nazis waren keine lustige Ferienveranstaltung oder ein alternativer Lebensstil. Die Nazis waren auch kein Vogelschiss in der Geschichte Deutschlands. Wie konnte es so weit kommen? Hast du wirklich den ganzen Film übergepennt? Nein, hab ich nicht. Gott sei Dank. Ich hab mir schon Sorgen gemacht, Mann. Schärke durch Gisziplin, Kraft durch Gemeinschaft, Macht durch Handel. Es ist total verrückt. Es macht auf einmal richtig Spaß. Ey, Robert! Du spinnst wohl! Du bist jetzt einer von uns. Was würde mit dir passieren, wenn die anderen Mitglieder der Welle merken, dass du nicht mehr mitmachst? Du musst jetzt endlich mit deinen Blockhinterägen aufhören. David, du musst jetzt meine Arme rutschen. Hör mit dem journalistischen Bullshit auf! Halt deinen Mund über die Welle! Du machst alles kaputt! Wenn jeder mitmacht, wird auch niemand verbrückt. Werkt mit Deutsch Disziplin, Kraft durch Gemeinschaft, Macht durch Handel. Werkt mit Deutsch Disziplin, Kraft durch Gemeinschaft, Macht! Alles kaputt! Alles kaputt! Du musst jetzt meine Arme rutschen. Du bist jetzt denkst! Du bist jetzt einfach. Schmerz. Vielen Dank.